die kunst in einem besonderen moment den menschen abzuholen und gemeinsam etwas zu schaffen ihre seele zu berühren eine erinnerung für die ewigkeit festzuhalten überall sehe ich bilder farben und menschen menschen mit emotionen menschen mit einer geschichte einer geschichte die es wert ist erzählt zu werden die kunst meiner fotografie ist es diese momente in bildern festzuhalten die gefühle der menschen zu erkennen sie authentisch zu zeigen es beginnt mit dem kribbeln im bauch einem lächeln im gesicht der aufregung vor dem ersten shooting mir geht das herz auf die freude in ihren gesichtern zu sehen diesen besonderen moment mit ihnen teilen zu dürfen ehrlich und authentisch einfach persönlich und das möchte ich in meinen bildern zeigen ich bin ihrer in pass und meine bilder berühren die sinne